Die Chroniken von Narnia von Clive Staple Lewis Zweites Buch Der König von Narnia Fünftes Kapitel Zurück aus Narnia Die anderen spielten noch immer Verstecken. So brauchten Lucy und Edmund einige Zeit, um sie zu finden. Und als sie endlich alle beisammen waren, in dem Saal mit den Rüstungen, sprudelte Lucy los. »Peter, Susan, es ist alles wahr. Edmund hat es nun auch gesehen. Man kommt wirklich durch den Wandschrank in ein anderes Land. Wir beide trafen uns dort im Wald. Los, Edmund, erzähl es ihnen!« »Was soll das heißen, Ed?« fragte Peter. »Und jetzt sind wir an der unangenehmsten Stelle unserer Geschichte.« Bis zu diesem Augenblick hatte sich Edmund verdrießlich, elend und verärgert gefühlt, weil Lucy recht gehabt hatte. Nun wußte er sich nicht mehr zu helfen, weil Peter ihn so plötzlich fragte. Und so entschloss er sich zum denkbar hässlichsten und gemeinsten, nämlich Lucy im Stich zu lassen. »So erzählt doch schon Ed,« drängte Susan. Edmund tat sehr überlegen, als sei er der viel Ältere. Dabei war bloß ein Ja-Unterschied zwischen Lucy und ihm. Dann sagte er von oben herab, »Nun ja, Lucy und ich spielten zusammen. Wir taten so, als gäbe es wirklich ein Land im Wandschrank. Nur so zum Spaß. Es ist natürlich nichts da.« Die arme Lucy warf ihm einen Blick zu und rannte aus dem Zimmer. Edmund, der jeden Augenblick unausstehlicher wurde, bildete sich ein, großen Erfolg zu haben und fügte noch hinzu, »Da läuft sie wieder weg.« »Was hat sie denn nur? Man hat doch seine liebe Not mit so kleinen Gören, weil sie immer...« »Hör mal,« rief Peter wütend, »mach jetzt Schluss damit. Du hast dich geradezu ekelhaft gegenüber Lucy benommen, schon von dem Augenblick an, wo sie den Unsinn mit dem Schrank aufbrachte. Nun spielst du auch noch dummes Zeug mit ihr und setzt ihr den Blödsinn aufs Neue in den Kopf. Ich glaube, du tust es aus lauter Bosheit.« »Aber es ist ja doch alles Unsinn,« sagte Edmund bestürzt. »Selbstverständlich ist es Unsinn,« bestätigte Peter. »Das ist es eben. Als wir von daheim abreisten, war Lucy völlig in Ordnung. Aber seitdem wir hier sind, scheint sie entweder übergeschnappt zu sein und es geht ihr alles in ihren Kopf durcheinander, oder sie hat sich in eine Lügnerin verwandelt. Nun, wie dem auch sei, was versprichst du dir davon? An einem Tag verhöhntst du sie und am nächsten ermutigst du sie noch.« »Ich dachte, ich dachte,« stammelte Edmund, »du hast dir überhaupt nichts gedacht,« schimpfte Peter. »Es ist lediglich Gemeinheit. Du benimmst dich gegen Jüngere immer gemein. Das kennen wir von der Schule her.« »Hört bitte auf,« bat Susan. »Streit zwischen uns macht die Sache nicht besser. Wir sollten uns um Lucy kümmern.« Sie waren nicht überrascht, als sie sie bald darauf in Tränen aufgelöst fanden. Was sie auch sagten, sie hielt an ihrer Geschichte fest und erklärte, »Mir ist es ganz gleich, was ihr denkt, und mir ist es auch gleich, was ihr sagt. Ihr könnt es dem Professor erzählen oder an Mutter nach Hause schreiben. Ihr könnt machen, was ihr wollt. Ich weiß, ich bin einem Faun begegnet. Ach, ich wünschte, ich wäre in jenem Land geblieben. Ihr seid alle ekel, ekel seid ihr.« Es war ein unerfreulicher Abend. Lucy war unglücklich und Edmund sah ein, dass es mit seinem Plan nicht so ging, wie er erwartet hatte. Die zwei älteren Geschwister glaubten tatsächlich, Lucy sei nicht mehr richtig im Kopf. Sie standen im Flur und sprachen darüber und noch lange, nachdem Lucy zu Bett gegangen war, flüsterten und tuschelten sie miteinander. Am nächsten Morgen beschlossen sie, dem Professor die ganze Geschichte zu erzählen. »Wenn er glaubt, dass mit Lucy irgendetwas nicht stimmt, wird er an Vater schreiben«, meinte Peter. »Denn was verstehen wir schon davon?« Sie begaben sich also vor das Studierzimmer und klopften an die Tür. Der Professor rief »Herein«, erhob sich, holte Stühle für sie und sagte, er stünde ganz zu ihrer Verfügung. Dann setzte er sich, legte die Fingerspitzen aneinander, hörte ihnen zu und unterbrach sie nicht ein einziges Mal, bis sie die ganze Geschichte erzählt hatten. Danach schwieg er lange, räusperte sich und fragte endlich genau das, was sie am wenigsten erwartet hatten. »Warum soll die Geschichte eurer Schwester nicht wahr sein?« »Ja, aber«, Susan stockte, »das Gesicht des alten Mannes war tief ernst. Sie nahm sich zusammen und dann sagte sie, Edmund erklärte doch, sie hätte nur so getan.« »Eben, darauf kommt es an. Das muss sorgfältig überlegt werden. Erlaubt mir die Frage. Wem glaubt ihr mehr, eurem Bruder oder eurer Schwester? Wer von beiden hält sich genauer an die Wahrheit?« »Ach, Herr Professor«, antwortete Peter, »das ist ja gerade das Komische. Bis jetzt hätte ich immer gesagt Lucy.« »Und du, mein liebes Kind, was meinst du?« fragte der Professor und wandte sich an Susan. »Ach, eigentlich dasselbe wie Peter, aber das kann doch gar nicht wahr sein. Es gibt doch keinen Wald im Kleiderschrank und keinen Faun darin.« »Hm, so, so«, meinte der Professor, »da weißt du ja mehr als ich. Und einen Menschen, der Lüge zu bezüchtigen, der bisher immer die Wahrheit gesagt hat, ist eine sehr ernste Sache.« »Darum befürchten wir auch, dass es keine Lügen sind,« gestand Susan. »Vielleicht ist Lucy übergeschnappt.« »Verrückt geworden?«, fragte der Professor gelassen. »Macht euch keine Sorgen, man braucht Lucy nur anzusehen oder mit ihr zu sprechen und merkt sofort, dass sie es nicht ist.« »Aber dann«, rief Susan und stockte, »sie hatte sich nicht träumen lassen, dass ein Erwachsener so reden könnte, wie es der Professor jetzt tat, und sie wusste jetzt überhaupt nicht mehr, was sie denken sollte.« »Logik«, murmelte der Professor so halb zu sich selbst, »warum lernen Sie auf der Schule keine Logik?« »Es gibt nur drei Möglichkeiten. Entweder lügt eure Schwester oder sie ist verrückt oder sie berichtet die Wahrheit.« »Ihr wisst, sie lügt nie. Sie ist offensichtlich auch nicht verrückt.« »Ehe es sich nicht anders erweist, müssen wir annehmen, dass sie die Wahrheit sagt.« Susan blickte ihn aufmerksam an. Sie konnte ganz deutlich sehen, dass er sie nicht zum Narren hielt. »Aber Herr Professor«, rief Peter, »das kann doch nicht wahr sein.« »Ja, und warum nicht?«, fragte der Professor. »Aus einem ganz einfachen Grund«, erklärte Peter. »Wenn es die Wahrheit wäre, warum findet dann nicht jeder dieses Land im Wandschrank?« »Als ich hineinschaute, war nichts drin, und selbst Lucy konnte es nicht mehr finden.« »Na, was bedeutet das denn schon?«, fragte der Professor. »Nun, Herr Professor, was da ist, ist da, und bleibt das auch für immer.« »Stimmt das?«, wollte der Professor wissen. »Für immer?« Peter schwieg, denn er wusste nicht, was er darauf antworten sollte. »Und außerdem«, rief Susan, »hatte sie gar keine Zeit. Lucy konnte nicht irgendwo hingehen, selbst wenn ein solches Land dagewesen wäre. Wir waren kaum aus dem Zimmer, da kamen sie schon hinter uns hergerannt. Keine Minute war vergangen, aber sie behauptete, viele Stunden lang fort gewesen zu sein.« »Na, das macht die Geschichte gerade so glaubwürdig«, sagte der Professor. »Falls es nämlich in diesem Haus eine Tür gibt, die in eine andere Welt führt, und ich möchte euch darauf aufmerksam machen, dass es ein ganz ungewöhnliches Haus ist. Sogar ich weiß nur wenig davon. Also nehmen wir einmal an, Lucy sei durch diese Tür gegangen. Dann würde es mich gar nicht überraschen, wenn die andere Welt auch eine andere Zeit hätte. Ihre eigene Zeit. Man kann so lange dort bleiben, wie man will. Niemand wird es und niemals wird es unsere Zeit sein. Jedenfalls glaube ich nicht, dass Mädchen ihren Alters derartige Dinge erfinden. Selbst wenn sie es sich nur ausgedacht hätte, würde sie sich hüten, es zu erzählen. »Ja, aber glauben Sie denn wirklich, Herr Professor«, fragte Peter, »andere Welten sind überall zu finden und einfach nur so um die Ecke herum?« »Nichts ist wahrscheinlicher«, antwortete der Professor. Er nahm seine Brille von der Nase und putzte sie sorgfältig. Dabei murmelte er, »Ich frage mich wirklich, was Ihnen eigentlich auf den Schulen beigebracht wird.« »Aber was soll denn nun geschehen?«, klagte Susan. Sie merkte, dass sie vom Thema abkamen. »Mein liebes kleines Fräulein«, sagte der Professor und sah die beiden sehr eindringlich an. »Es gibt etwas, woran niemand bisher gedacht hat und das ein Versuch lohnte.« »Was denn?«, fragte Susan. »Jeder kümmert sich um seine eigenen Angelegenheiten.« Damit war die Unterredung beendet. Es wurde wirklich ein wenig besser für Lucy. Peter sorgte dafür, dass Edmund nicht länger sein Spott mit ihr trieb und alle, sogar Lucy, vermieden es, den Wandschrank zu erwähnen. Er war unheimlich geworden. Eine Weile sah es so aus, als hätten die Abenteuer ein Ende genommen. Das war aber nicht der Fall. Das Haus des Professors, das er selbst nicht zur Genüge kannte, war so alt und berühmt, dass aus ganz England Leute herbeikamen, um es zu besichtigen. Es war in Reiseführern, ja sogar in Geschichtsbüchern beschrieben und man hörte allerhand Gerüchte und sonderbare Geschichten im ganzen Land, noch sonderbarer als die Geschichte, die ihr euch hier gerade anhört. Wenn solche Besucher kamen und um Erlaubnis baten, das Haus zu besichtigen, dann erteilte der Professor sie ihn und Mrs. MacReady, die Wirtschafterin, übernahm die Führung. Sie erklärte ihnen die Gemälde, die Waffen und die seltenen Werke in der Bibliothek. Miss MacReady mochte Kinder nicht besonders und sie wollte nicht gestört werden, wenn sie vor den Fremden ihr Wissen ausbreitete. Bereits am ersten Morgen hatte sie darum zu den Kindern unter anderen Ermahnungen gesagt, »Ott lasst euch ja nicht blicken, wenn ich Fremde durchs Haus führe!« »Die tut gerade, als hätten wir unseren Spaß daran, einen halben Vormittag lang mit einem Haufen Erwachsener durch Haus zu gondeln«, brummte Edmund und seine Geschwister dachten genau wie er. Und damit begannen die Abenteuer aufs Neue. Einige Tage später, an einem Vormittag, eben als sich Peter und Edmund die Rüstungen anschauten und überlegten, ob sie sie ein bisschen ausprobieren könnten, kamen die zwei Mädchen ins Zimmer gestürzt und riefen, »Achtung, dort kommt die MacReady mit einer ganzen Horde hinter sich!« »Haltet die Klappe!«, rief Peter. Und alle vier stürzten durch die Tür bis ans Ende des nächsten Zimmers. Doch als sie ins grüne Zimmer kamen und darüber hinaus in die Bibliothek, hörten sie plötzlich dicht vor sich Stimmen. Das musste Miss MacReady mit den Besuchern sein, die offenbar die Hintertreppe heraufgekommen war. Und dann war es, dass sie einfach kopflos reagierten oder Miss MacReady versuchte, sie zu verscheuchen oder dass ein Zauber sich in dem Haus zu regen begann, der sie nach Narnia trieb. Sie fühlten sich überall verfolgt, bis Susan schließlich flüsterte, »Zum Guckuck mit dieser Plage! Laufen wir in den Wandzimmerschrank, bis sie vorüber sind! Dorthin kommt keiner!« Sobald sie drinnen waren, hörten sie im Flur Stimmen. Jemand fummelte an der Tür und sie sahen, wie sich die Klinke bewegte. »Rasch!«, stieß Peter hervor. »Es kommt wer!«, riss die Schranktür auf und alle vier krochen in den Schrank hinein. Da saßen sie laut schnaufend im Dunkeln. Peter hielt die Tür fest, ohne sie einschnappen zu lassen, denn er war ja nicht so töricht, sich in einem Schrank einzuschließen.